hallo camper wir sind area camper mazaron dieser campingplatz liegt ja zwischen dem hafen mazaron und der stadt mazaron und von dort aus haben wir auch ein paar kleinere ausflüge unternommen samstags ist in der stadt mazaron markt also sind wir auf samstag nach mazaron stadt reingefahren haben auch mit unserem smarty einen parkplatz finden können und das war nicht weit bis zum markt das ist ein normaler markt also kein touristenmarkt möchte ich mal sagen sondern normaler markt für die spanier wir sind hier über den plätz gegangen paar aufnahmen dazu silvia hat natürlich einiges angucken müssen hier bei den schuhen wird sie längsamer aber sie brauchte keine wir sind dann noch ein bisschen weiter über den markt gebummelt was ihr gefehlt hat das werden wir dann später noch in einer anderen bude finden aber bis dahin sind noch ein paar meter zeit so hier sind wir an einem bekleidungsstand ich habe mich mit ihr noch unterhalten dann sind wir eigentlich ein bisschen weiter gegangen und ihr seht es sie biegt ab ich bekomme das gar nicht mit und so ging mir meine silvia erst mal verschüttt nachdem ich dann hier um die ecke gegangen bin habe ich das gemerkt dass sie gar nicht hinter mir her gekommen ist nachdem wir dann weiter waren hat sie endlich die bude gefunden die ihr richtig ist schoß sie hat dann die durchgebackenen genommen die großen braunen mir hat das nicht so gefallen die anderen denke ich schmecken lecker aber silvia meinte schmecken alle gleich wir sind dann noch ein bisschen vom markt weg gegangen durch den ort gebummelt auch hier haben ein paar kartoffeln haben wir uns noch mitgenommen und ein paar clementin dann sogar noch ein bisschen durch den ort gebummelt wie man hier sieht typischen engen spanischen straßen die schmalen fußwege aber die spanierinnen schaffen es auch hier mit kinderwagen drauf lang zu fahren und es gibt nicht wie bei uns zwar sind deutschland theater weil der fußweg zu schmal ist man lebt mit dem wie die gegebenheiten so sind hier sieht man es noch mal aber es gibt auch neueres dort in der stadt hier zum beispiel ist das rathaus ein imposantes gebäude kann man eigentlich sagen fällt da zwischen den alten gemäuern richtig auf ist ein blickfang hier ist der straßenverkehr ausgesperrt wir sind dann über den platz gegangen wird natürlich hier in spanien alles so ein bisschen genutzt um draußen sich hinsetzen zu können kaffee zu trinken und so weiter hier haben wir es mal wieder enge straße ist wie es ist man lebt damit das sollen denn die bilder aus mazarin stadt auch schon gewesen sein das nächste was wir aufgesucht haben die berühmt berüchtigte schlangenbucht in der zeitung costa nachrichten haben wir lesen können dass die schlangenbucht jetzt zu ist wir haben dann noch zwei tage gewartet sind dann dahin gefahren und haben dann diese bilder vorgefunden es hat sich also nichts verändert die schlangenbucht ist voll bepackt mit wohnmobilen an der einfahrt sitzt jemand der aufpasst dass alles registriert wird wer da auftaucht und wer nicht wir waren mit unserem smart dahin haben den vor der schranke geparkt und sind dann zu fuß mal übers gelände gegangen es ist natürlich schon eigentlich eine traumhafte bucht für mich persönlich wäre es allerdings nichts um da wer weiß wie lange zu stehen ich könnte mir mal vorstellen so autark zwei drei tage damals zu zu bringen aber eine woche oder so möchte ich das eigentlich gar nicht das ist eine sache das muss jeder selber für sich einschätzen was ihm gefällt wie gesagt wir haben den bereich zu fuß bisschen begangen ist natürlich wirklich mit den palmen die da stehen idyllisch man hört vorne am strand eben nur das plätschern der wellen wir haben also den zeitungsartikel in anführungsstrichen überprüft mussten feststellen er ist in der sache nicht ganz richtig gewesen da stehen denke ich weit über 100 wohnmobile in der bucht auf den beiden platz bereichen und es sah auch nicht danach aus dass dort in der nächsten zeit zugemacht wird als wir dort wieder abgefahren sind mit dem auto kamen uns vier wohnmobile dort entgegen die auch alle auf den platz gekommen sind hier noch mal eine aufnahme von ja sollte wohl bar im bis bereich mal werden das stück steht wohl schon eine längere zeit so leer da darf wohl nicht betrieben werden hier sind container mit toiletten aufgebaut die sind einfach aber soweit ich das gesehen habe aber auch sauber also für die zwecke wofür sie da sind mehr als ausreichend wir sind dann wieder abgefahren dort hier kommt man die kleine piste bis oben an die straße wieder ran und von da aus geht es dann zurück in richtung mazaron nach wenigen hundert metern konnten wir rechts weitere wohnmobile stehen sehen ich nehme mal an das wird die sogenannte ziegenwiese sein die soll ja nur ein paar hundert meter von der schlangenbucht entfernt liegen hier fahren wir durch den nächsten ort links konnte man sehen die mandelblüte ist in vollem gange gewesen hier ist der nächste gelegen der kleinere ort zur schlangenbucht für die die ein bisschen beweglich sind gibt es dann dort was zum einkaufen unser nächster kleinerer ausflug führt uns zum puerto mazaron also hafen mazaron aber auch dies ist vom baulichen her teilweise doch auch schon ein älterer ort mit den bekannten engen straßen wo man sich dann freut wenn man wieder auf eine breite betrifft mit dem normalen auto mit dem smart hatten wir keine probleme hier sind wir jetzt im bereich kurz vor dem hafen hinter der ampel links gibt es sogar eine tiefgarage die haben wir allerdings nicht aufgesucht ich hatte da schon was gefunden wo man parken kann hier sind einfach in richtung strand gegangen über die promenade auf der suche nach einem bäcker da sind wir dann auch an dieser treppe vorbeigekommen hier haben wir einen bäcker gefunden das hier die fahrzeuge die auf der straße parken das sind lieferanten die standen auch noch da als wir wieder raus kamen nachdem wir eingekauft hatten wir sind dann zum hafen gegangen wir waren verabredet mit freunden das war da in einem lokal essen gehen el alaman nennt sich das das essen war dort eigentlich ganz gut wir sind dann da geblieben bis zum geschäftsschluss und jetzt haltet euch fest der ist um 17 uhr dafür dazu gemacht gern werden wir noch einen augenblick geblieben aber es ging eben nicht so der nächste ausflug führt uns zu einer alten verlassenen geschützstellung die ist anfang der 1930er jahre gebaut worden zum schutz der bucht von katagena katagena war ja schon von jeher militärhafen und ja von der lage her war das eigentlich ideal dort eine geschützstellung aufzubauen wir sind dann über diese schmale straße da hochgefahren man musste auch mit dem smart schon mal gucken was einem entgegenkommt aber vor allen dingen auch bei den schlaglöchern dass das auto da nicht drin verschwindet aber es hat soweit alles ganz gut geklappt wir sind dann oben angekommen da gibt es einen kleineren parkplatz dort haben wir geparkt und von da aus ging es dann zu fuß noch ein paar hundert meter weiter zu diesen eigentlichen geschützstellung die sind zweigeteilt da wo wir hingegangen sind das sind große schiffsgeschütze mit einer reichweite so wie wir gehört haben von irgendwas in die 60 km betern hatte zwischendurch schnapp atmung hier und da mussten wir aussteigen gucken ob kinder in den schlaglöchern spielen und dann konnten wir weiterfahren hier sind wir jetzt auf dem wege stück zwischen dem kleinen parkplatz und der ersten geschützstellung man sieht dass es ein schmaler vorsprung ist der dort ins meer reicht jetzt sind wir dort angekommen es ist wirklich alles offen und begehbar es ist nichts abgesperrt in deutschland und unvorstellbar was gäbe es dafür einen aufschrei wie gefährlich das ist und muss doch alles zugemacht und vergittert werden wenn sich da einer drin verläuft hier in spanien geht das seht selbst was das für katakomben sind die da gebaut worden sind hier dieser bereich wo ich jetzt unterwegs bin das muss so wie ich das annehme munitionskammern gewesen sein das sind räumlichkeiten die unter den beiden großen schiffsgeschützen liegen hier oben an der unterhalb der decke verlaufen schienen so dass man sicherlich die munition von einer seite zur anderen verlagern konnte ihr seht es man kann dort hinein gehen es ist aber sinnvoll eine taschenlampe mit zu haben sonst ist das nichts hier bin ich aus diesem bereich mit den munitionskammern wieder raus wir sehen da ein paar also vier türme die bis nach unten gehen das sind wendeltreppen zwischen unserer etage und hier dieser etage mit den geschützen davon gibt es dort zwei stück ihr könnt jetzt schon erkennen dass das nicht die kleinsten sind wie gesagt die reichweite soll irgendwas angeblich in die 60 kilometer gewesen sein man kann auf denen drauf rumklettern ich wollte das auch machen mich mal aufs rohr dieser kanone stellen allerdings meine schuhe die sohlen waren zu glatt das war doch nichts ich habe mich da nicht getraut da los zu lassen bin dann wieder runter und wie schon gesagt habe es ist alles begehbar nichts ist abgesperrt in die dunkelsten löcher kann man dort gehen alles kein problem hier gehe ich mal so ein stückchen die treppe runter eine lampe hatte ich nicht mit das ist die kamera selbst die das sich ein bisschen erhält und man sieht es schon da geht eine wendeltreppe eine etage tiefer wohin sie führt keine ahnung das sind die wendeltreppen die zur etage tiefer gehen wohin auch immer hier nochmal ein blick in eine der vier wendeltreppen man sieht dass sie sehr eng sind wahrscheinlich deswegen die vier ich vermute mal zu jedem geschütz eine für nach oben und eine wendeltreppe für nach unten damit da kein begegnungsverkehr stattfindet im alarmfall von hier aus jetzt der blick vorne auf die felsen da sind ebenfalls geschütze aufgebaut das sind allerdings kleinere mit einer kürzeren reichweite aber die bräuchte auch nicht wer weiß wie weit sein denn von hier bis zur anderen landzunge gegenüber der bucht sind es ungefähr 12 13 kilometer dafür werden diese geschütze ausreichend gewesen sein wir haben dort eine zeitlang zugebracht und sind dann langsam wieder zurückgefahren es war also schon tolle erfahrung dort vor ort in diesen geschütz stellung vor allen dingen wie gesagt dass das alles frei zugänglich ist wir sind dann nach mazeronhaven gefahren wir hatten gehört da gibt es noch einen stellplatz so einen kostenlosen da haben wir mal geguckt haben den dann auch gefunden der liegt direkt am wasser das ist ein platz soweit wir das mitbekommen haben dient der zum beispiel zur weihnachtszeit dafür weihnachtsmärkte und so und offenbar ist das jetzt dort erlaubt sich aufzustellen mit dem wohnmobil wir haben da nur eine runde über den platz gedreht ihr könntet das jetzt schon sehen wie viel da standen also der platz war komplett belegt hinterher sind wir dann wieder in richtung campingplatz gefahren hier nochmal bild zur lage dieses stellplatzes und jetzt ist schon unsere zeit im mazeron vorbei ich muss demontieren den abwasserschlauch man konnte sehen das ist ein torelement da ist ein scharnier dran rechts allerdings hatten sie nur wohl nur noch eins und darum haben sie das element einfach festgeschraubt so dass sich das nicht öffnen ließ und dann war eben diese nummer im sitzen über dem betonklotz nötig um auf die andere seite zu kommen da sind die anschlüsse für die abwasserschläuche das ist also sehr gut gemacht ich bin jetzt auf dem weg zur rezeption damit wir bezahlen silvia war mitgekommen mit der kamera lässt sie noch einen kleinen augenblick dort laufen damit ihr euch ein bild machen könnt wie es da in der rezeption aussieht wir wollten schon bezahlen so wir haben bezahlt es war sehr günstig wir haben pro nacht 12 euro bezahlt strom wird besonders abgerechnet haben wir aber keinen gebraucht da unsere solaranlage genug geliefert hat in dieser jahreszeit nach dem bezahlen ging ging es dann weiter zu unserem nächsten ziel dem kiko park in oliva das war's mit unserem bericht ich hoffe der hat wieder gefallen auf den daumen hoch dass er uns treu bleibt und weiter zuschaut bis zum nächsten mal wieder ein freundliches bis jetzt uns bis jetzt tschüss tschüss